Energie ist eine wertvolle Ressource. Wer Energiekosten senken und seine Wettbewerbsfähigkeit steigen möchte, muss den Energieverbrauch seiner gesamten Unternehmens immer im Blick haben. Aktives Lastmanagement ist eine Möglichkeit, um Energiekosten in der Produktion zu reduzieren. Es funktioniert so. Energieversorger bieten in der Regel Tarifvergünstigungen für konstante, berehenbare Abnahmenmengen. Daher können Unternehmen mit dem Energieversorger Leistungslimits vereinbaren, um ihre Energiekosten zu begrenzen. Der Nachteil, werden diese Leitungslimiten nicht eingehalten, drohen deutlich hohere Bezugspreise oder sogar Strafzahlungen. Mit dem aktiven Lastmanagement in der Simatic Energy Suite können Sie sicherstellen, dass die Leistungslimiten eingehalten werden. Und das ohne Rückwicklungen auf die Produktion. Das SPS-basierte Lastmanagement in der Simatic Energy Suite wird einfach über Editoren im TIA Portal V16 konfiguriert. Anschließend wird das entsprechende SPS-Programm automatisch generiert und die entsprechende Visualisierung erstellt. Das Lastmanagement errechnet mit einem integrierten Prognose-Algorithmus den Verbrauch und schaltet Verbraucher und Erzeuger ab oder zu, um die Leistungsaufnahme leihmäßig zu verteilen und somit teure Leistungsspitzen zu vermeiden. Mit dem SPS-basierten Lastmanagement profitieren Sie von hoher Flexibilität, Integration in die Automatisierung und damit hoher Zuverlässigkeit im Vergleich zu einer rein PC-basierten Lösung. Außerdem bietet die Integration ins TIA Portal einfaches und intuitives Engineering. Kurz zusammengefasst, mit dem aktiven Lastmanagement in der Simatic Energy Suite vermeiden Sie Lastspitzen, verteilen Sie die Leistungsaufnahme gleichmäßig und somit reduzieren Sie den Leistungspreis ganz automatisch. Optimieren Sie Ihre Energiekosten mit dem aktiven Lastmanagement von Siemens. Siemens. Ingenuity for Life.